Was ist die Arbeit hier im Institut? Das ganzheitliche Erleben. Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass wir ja mehr sind als die Summe unserer Einzelteile, jeder einzelne von uns. Und wie die Silvia mich gefragt hat, war das für mich ganz klar, allein der Name ganzheitlich ist etwas, was mich interessiert. Das deckt sich mit meinen Vorstellungen von wie wir sind und das betrifft viele, viele Bereiche, unter anderem halt auch der Umgang mit schwierigen Situationen und vor allem auch mit der Sexualität. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.